da sagst du mir bestimmt wieder steigung zu rosa wusste ich es doch aber echt übel krass was die hier mit den bahnübergängen machen das scheint es an da scheint es noch ein paar probleme zu geben und im bau menü also ich hoffe im open games schauen sich die videos an weil es wird ja wohl sicherlich ein beta tester gegeben haben wenn es wirklich an meinem 4k liegen sollte es gab doch sicherlich ein beta tester der dieses spiel auf 4k gespielt hat so wo müssen wir denn hin besser gefragt wer braucht lebensmittel ich glaube eher das gewerbe einkaufsmöglichkeiten lebensmittel wo ist gewerbe gewerb ist da das ist nicht so gut ich möchte ein cargo jeder geht soweit wenn ich den hirn pflanze würde heißen ich mache den jetzt erstmals 80 meter so die schiene die steigung zu groß okay also auch wenn mir in obs angezeigt wird 60 fps aber niemals wie viel brauche ich 700 wie viel brauche ich 700 warte mal die werden uns werden ja sicherlich die passagiere nicht ausgehen denke ich mal hoffe ich mal wir haben da lehn von 10 millionen das müssen wir auch irgendwann mal runde bekommen Jetzt sind wir bei 600, die Züge müssten doch gleich ankommen, oder nicht? Fahrt ihr leer? Ach so, kann ich auswählen, wenn ich im Bau-Mini bin. Ich finde auf jeden Fall die Musik richtig cool. Jetzt sind wir schon bei 500. Ja komm, wir nehmen doch mal einen Darlehen auf. Können wir das hier zumindest schon mal bauen. Und die Parallelspur ist ja dann auf jeden Fall billiger. Okay, scheint doch nicht so zu sein, doch. Bis dahin bitte. 406. Okay, Leute, also, wirklich. Ja, ihr seht selber. Das hängt nicht an mir. Tausendprozentig hängt das nicht an mir. Man kann jetzt auch wirklich, ja, man kann auch alles unter Tage machen. Ja. Man kann eine Weiche bauen, man kann alles machen. Richtig geil. Man kann ja jetzt auch einfach raus. Boah, Leute, das wird ja mega. Da kann man ja so geile Sachen mitbauen. Einmal die Doppelweiche. Erreiche ein Kontostand von 10 Millionen ohne Schulden? Ich habe nicht 10 Millionen, aber danke. Danke für die Errungenschaft, obwohl ich es gar nicht habe. Aber danke. Ein paar Signale hinsetzen. Aufbrücken kann man jetzt ja auch. Oh. Hä? Ne, das ist falsch. Und hier in die Richtung fehlt noch. Ja. Hier noch hin. Dann hier noch Ausfahrsignale. Ja, dann machen wir da noch. Eins, zwei. Und da noch eins. Da noch eins. Da noch eins. Und da auch noch. Setz Auto-Safe. Äh. Nein. Okay, was ist das für ein Bug? Ist das ein Bug, oder? Ich kann die Signale nur nach innen zeigen lassen. Ja, das bringt mir relativ wenig. Oh, ich habe einen neuen Wagen bekommen. Alles klar. Machen wir da zwei Linien, oder? Ja. Ja. Da habe ich mir machen mal zwei neue Linien. Die eine geht von hier nach da. Gut, doch. Ja. Alles klar. Die andere geht von hier über das Signal. Nein. Über das Signal. Hier. Dahin. Jetzt brauchen wir noch ein Depot. Oh, aber hier im Bahnhof kann ich nichts machen, oder? Nein. Depot. Was? Ich will... Nein, 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 nein. Wo ist ein Depot? Hier war ein Depot. Genau. So, wir brauchen... Das habe ich schon wieder vergessen. Was brauchen wir? Getreide und Vieh. Genau. Züge kaufen, Wägen, Güter. So. Getreide. Getreide. Getreideschlacke. Vieh, Maschinen, Werkzeuge, Lebensmittel. Baumstämme, Stahlbretter, Baummaterial. Vieh, Kunststoff, Maschinen. Lebensmittel, Kunststoff, Maschinen, Werkzeuge, Lebensmittel, Waren. Ja, okay. Und wir brauchen Vieh und Getreide. Oh, äh... Automatisch... Automatisch... Ja, automatisch... Passt. Autosilfe! Nehmen wir da eher mehr oder weniger. Wenn ich davon 2 nehme, bin ich bei 100... Kommt genau aufs gleiche hinaus. Ich mach jetzt einfach mal... 1, 2... Welcher war das? 1, 2... Was haben wir hier? Vieh... Getreide, genau. Was denn hier mal kurz langsam machen? Vieh und Getreide. Diesel haben wir noch nix. Elektronik ist auch nix. Dampf. Die fahrt E plus 100. Komm, wir brauchen Geld. Kaufen wir bitte die. Ja, kaufen wir. Das ist Linie... Das ist hier. Ja. Das wirst du mal raus, bitte. Und dann brauchen wir noch... Ah, was produzierst du? Lebensmittel. Und dann brauchen wir noch was für Lebensmittel. Lebensmittel. Ja, da können wir aber auch die hier nehmen. 1, 2... 3, 4... Nicht genug Geld. 3, 4... 16, 24... 34... 32. 32. 40. Dampf. Was für nicht genug Geld, Mann. Wir fehlen 10.000. Gebt mir 10.000. Komm schon. Nein, nicht abziehen. Gebt mir. Da wurde aber viel abgezogen. Was? Verbinde ihn. Okay. Das wird gar nicht mehr. Fuck, das wird nicht mehr. Ja, komm, wir leihen uns kurz schnell was. Und dann schicken wir den Zug hier auch mal auf den Weg. Und das ist dann mit 72 Metern genau richtig. So. Hier ist schon voll. Und hier wird es dann übertragen. Nein, sieht man das irgendwo? Äh, da sieht man das irgendwo? Ja, ist eine gute Frage. Hier ist noch Nein. Ich muss es ein bisschen schneller machen. Loads. Ja, ich konnte gerade nicht klicken. Da war gerade ein Steam-Fenster da. War ein bisschen dumm. So, der gibt auf jeden Fall Gas. Perrekt. So, hast du schon was dabei? Er hat schon... Drei Getreide hast du schon mal dabei. Das ist schon mal nicht schlecht. Können wir hier... Wir können... Okay, unterirdisch sieht es natürlich ein bisschen komisch aus. Aber du passt ja... Laut Anzeige passst du ja hier genau rein. Oh, das sieht übel geil aus. Mit dem 80 Meter Bahnhof. Boah. Die Abbruchbund bremst du bitte ab? www. Portugalbund.com Vin này. Du bist приему, Kingünd highøp, der wird rheinuz floorosbrushes mejor contestants. Du bist hier. Die Abbruchbund. Die Abbruchbund. Und da ist es schon mal. Du bist hier. Und da ist schon mal. Für die Abbruchbund bin. Du bist da.